Geh weg, geh weg. Geh wabababa. So. Okay, jetzt sind wir hier, wo wir die Bosspflanze töten müssen. Oh, jetzt hat die mich entdeckt. Ah, da hinten ist ein Herzchen. Du kriegst mich niemals, du Schweinepflanze. Komm her. Ich hab schon mit ganz anderen Pflanzen aufgenommen als... Wie mit dir. Jetzt zerhäcksel dich hier. Der Häcksler. Jetzt im Kino. Ah, jetzt sieht es doch gleich viel zu besser aus. Nein, nein, nein. Ich schreibe nicht mal hier so ein bisschen rum. Was? What the heck? Warum ist so Epic Necessity stark? Was ist das? Hey, ohne Scheiß, komm. Also, jetzt hatte ich fast volle Energie und das Viech hat mich gewone-hitted. Was ist das? Okay, es ist der Übergegner. Die Überpflanze. Okay, es zieht sich doch. Ich nehme alles zurück. Ich hoffe nicht, dass wir das wieder schnell zu Dings kriegen. Mit mir alles, was ihr hierher habt. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal wieder so eine Dichten-Geschichte finden. Oh, jetzt hast du die Witterung aufgenommen. Denn dann wackeln die immer so mit ihren Blättern. Dann freuen die sich quasi, dass die mit Hunden, wenn sie mit dem Spänzchen wackeln. Oder so ähnlich. Oh, komm, geh da weg. Ah, geh weg, geh weg. Ja. Ja. Geh weg. Garstiges Biest. Feiche von mir. So, okay. Ich bin wieder hier angekommen. Ah, sehr gut. Aber wenn jetzt kein Herzchen löst, dann ist es Schitte. Das ist echt scheiße. Okay, komm, wir manchen die hier kaputt. Komm her. Ja, wo ist denn die kleine Krünchraub-Dingspflanze? Lalalalala, ich bin gar nicht da. Ich bin ja auch nicht, da bin ich. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich würde sie gerne killen. Aber ich habe so ein bisschen sehr viel Schiss gerade. Da oben, das ist scheiße, als sehe ich die so schlecht. Da sehe ich nicht, wann die hier zum Angriff... Aber komm, du fette Stück. Komm her, du. Falsch fressen, dann bist du die Pflanze. Ah, ah. Ah, ja. Ja, komm. Komm, wo wir schüren. Okay. Ich muss noch gar nicht ganz vorsichtig sein. Hey, wie oft kannst du ausweichen? Komm. Nein! Wie, die hat nur einen Punkt gegeben? Hey, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Was ist das für eine Kacke? Noch mehr? Nein. Warte nicht. Äh. Ich will nie noch mehr. Wie morgt nicht. Wie morgt nicht noch mehr rote Pflanzen? Schnell. 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 Bevor sie wiederkommt, tippe ihre Pflanze. Oh, geil. Dann wäre ich dir die Schätze abgeräumt. Uh. Komm. Oh, mit dem Gamepad wird das echt um einiges schöner. Oh. Triple. Triple Mutz. Yes, baby. Wieder nur einen Punkt. Das lohnt sich überhaupt nicht. Die anderen geben ja schon manchmal sogar zwei. Oh. Geh weg. Habt ihr mich gesehen? Ich glaub schon. Nee. Oh, noch mal. Ich hab ja auch, äh, mein Schwert gegen, mein Schwert, mein Schwert gegen eine Laubsäge ausgetauscht. Insgeheim. Das hat nur keiner mitbekommen. Hey, Alter. Was ist das? Come on. Hä. Hahaha. Oh, drei. Cool. Das war gut. Äh. Gehen wir mal ein bisschen abseits der Wege, so Geheimnisse erkunden und so. Ja. 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 Das ist echt anstrengend, dieses Kampfsystem. Ah. Oh. Ah, cool. Ich kann dich sogar davon abhalten. Das ist verdammt gut zu wissen. Kann ich quasi den Angriff umkehren? Ja. Ja, komm. Was? Ey. Warum? Ich verstehe das Spiel nicht. Warum hat die mich denn jetzt in einem Schlag umgebracht? Das ist doch scheiße, ey. Okay, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das gibt's doch nicht. Oh. Okay, also ich mach es mit einem... Blablabla. Ich werde jetzt nur noch die Blutschützerstellung nicht gegen die Viecher kämpfen. Ich mach das irgendwie offscreen oder sowas. Verpiss dich, die blöde Müttenurkletter. Ehrlich, das ist doch nicht ich bin ja normal. Ach, komm. Stress auf. Hä? Geht weg. Ich leuchte mich. Ja, echt. Das ist doch... Sorry, Leute. Das ist ja echt doof. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Wackel du nur mit dem Arsch. So. Verdammt. Okay. Ja, will ich gut nicht jetzt wieder voll gehealt, ne? Sehr schön. Oh. Hier kann ich richtig abräumen. Ah! Geh weg. Verpiss dich, du fette Stück. Umkraut, du... du Wurzel. So. Scheiße, jetzt hat die mich gesehen, ey. Kacke. Oh. Haha, ja. Da kommst du nicht drum rum. Geh weg. Ha, ich hab sie ausgetrickst. Das Systemumgang. Quasi. Toll, jetzt hab ich Lebens... Oh, egal. Na ja, wackel du nur. Du machst mir keine Angst. Ich kann nämlich fliehen. So, ich will wissen, was hier hinten ist. Wenn die mich jetzt gleich instant killt, dann zicke ich aus. So viele Bremsen. Muss sie zerstören. Auch die Büsche. Alles töten. Ach, schiss. Schiss ist schisse. Fuck. Ah! Ey. Warum? Sorry, mit der Tastatur ist das ein bisschen schwierig. Ey, ohne Scheiß. Das gibt's doch nicht. Die können mich doch nicht mit einem... Also, ich find's ein bisschen sehr schwer. Also, was sie so ab... Ja, guck mal. Ich kann so wenig nur regenerieren. Das ist ja sauheftig. Ja, eigentlich müsste ich ja hier nochmal so Blaubeeren mit dem Bremsen hernehmen. Ja, okay. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. Ich find das sauheftig. Das hätte man ein bisschen... Ich mein, es ist auch noch zufällig, wenn ich jetzt gar keine Heilungs... Ich hab Angst. Wenn ich gar keine Heilungsgeschichten jetzt... Na, guck mal. Was? Instant Death. Okay. Ja. Das ist der magische Telepum. Das sieht lustig aus, wenn ihr da runterfällt. Oh, Schleime. Okay, sollte ich die jetzt mal probieren? Ich weiß es nicht. Oh, okay. Ich probier die. Okay. Das cool, lila Gelee. Toll, die bringen ja gar nicht diese Erfahrungsdinger. Shit. Mh, lecker Gelee. Das esse ich aus dem Brot. Das gerne mal. Mh, und gelbes. Mh. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt davon habe, aber mh, toll. Das ist bestimmt auch irgendwas zum Basteln oder so. Oder um irgendwelche Tränke herzustellen. Mann. Tichten Glätschel. Ja, komm. Wir müssen jetzt in Brot, ob die mich jetzt sehen oder nicht. Ah, ich hab ein Herzchen geblätschen. Das ist schön. Tschüss, ihr Schwachköpfe. Ihr Schwachknospen. Ah, weg. Okay, jetzt fliehe ich, glaube ich, nicht mehr. Man kann ja auch nicht abspeichern. Ich hasse das, wenn man nur solche blöde Speicherpunkte hat. Ja, und Viecher, die einen Instant killen. Das ist doch scheiße. Das finde ich doof. Dann will ich dann abspeichern können, wann es mir passt und nicht, wann das Bier mehr die Möglichkeit dazu gibt. Das finde ich dann nämlich kacke. Gerade bei solchen Gegnern hinterher. Geh weg. Dämmliche Blumen. Ich meine, so finde ich das ganz nett hier, ne? Aber Aha. Lass ich mir noch nicht gehen hier. Aber sonst, ich hab da jetzt Schiss. Wenn ich jetzt sterbe, das ist doch total doof. Dann mach ich das lieber off-screen-mäßig. Ah, okay. Mache ich hier jetzt lieber die Büsche kaputt und loote die ein bisschen. Busch-Looting kennen wir das jetzt alle. Hä? Meine Güte. Die haben die eigentlich jetzt gar nicht gesehen? Sind die blind? Warum sind hier mehrere Wege? Äh. Ich bin verwirrt. Also das muss ich gar nicht wissen. Bisschen sehr schwierig, dann. Ah! 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 Hilfe! Weg! Boah. Das hätte ich jetzt aber auch ins Auge geben können. Ey, hier gibt's so viele Wege. Ich bin komplett verwirrt. Ah! Hm. Hm. Geh mal hierher. Okay, das sieht interessant aus. Ah, hier muss ich wenigstens nicht kämpfen. Das ist gut. ein Speicherpunkt in der Truhe, bitte. Ja, das ist schön. Ja. Okay. Och Mann. Aber abschweichern darf ich trotzdem nicht. Das ist doch blöd. Das muss ich echt sagen. Finde ich doof. Dann sollte man mich auch irgendwo so setzen. Oder die Gegner wenigstens nicht so heftig machen. Gut, ich beschwere mich jetzt auf viel. Ich weiß. Der Beschwerer. Der Brief beschwere mich. Oder so. So. Der kriegt mich nie. Schweine, ihr Knospen. So. Äh, wie muss ich denn jetzt lang? Oh Gott. Wo bin ich hergekommen? Ah. Ich gehe einfach nach oben. Keine Ahnung. Das ist ja wie so ein Labyrinth hier. Oh, und ich kann... Ah. Schön. Bitte lass mich speichern. Danke. Okay. Dann kommt wahrscheinlich gleich die nächste Szene. Komm, wir klatschen jetzt wenigstens die hier. Damit wir so ein bisschen Kampftraining haben. Ey, das ist eigentlich... Wenn man da zu macht, ist das wirklich gar nicht so. Ah. Ja, das ist die Scheiße. Wenn die nur geradeaus zurückweichen, dann ist das einf... Ja, ich... Aha. Ja, dann ist es auch einfacher. Dann kann man wenigstens... Blablabla. Wenigstens wirklich nur Enter-Kloppen. Dann kann ich das auch. Dann ist das gar nicht mehr so schwierig. Komm, ich will jetzt trotzdem umhauen. Komm. Ja, wo bist du? Ja, goeysin. Du meine kleine Klobe. Blablabla. 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 Oh, nur zwei diesmal. Okay, ich hoffe jetzt auf... Ein Herzchen. Ah. Jetzt natürlich, wo ich eins brauche. Komm, Stein. Das gibt's doch nicht. Nischt. Netto. Oh, come on. Was ist denn mit los? Komm. Hui. Boah. Ey, sorry, aber das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass man hier mal auf... Einfach zu blöd für dieses Kampfsystem. Das wird es sein. Ich bin einfach zu dämlich dafür. Komm. Machen wir's nochmal. Toll, jetzt nur eine. Bitte immer besser. Ich hatte vorhin mal drei. Mensch. Mensch. Ich will ein Herzchen. Gebt mir eure Herzen. Toll. Das hat sich diesmal aber echt nicht gelohnt. Egal. Ejol. So, komm. Ich spreche jetzt nochmal eben ab. Ich mach das jetzt mal auf dem zweiten. So. Oh, ich brauche dringend hier was zu trinken. Seltsam. Irgendwie ist das hier verdammt ruhig. Zu ruhig. Und wo ist mein Mineralwasser geblieben? Verdammt. Es ist wohl verdunstet. Hä? Hä? So, ein Momentchen. Es ist zu ruhig. Plöpp. Weit und breit keine Spur von diesem komischen kleinen... Was? Blättermännern? Außerdem hätte... Hatte ich eigentlich erwartet, dass es hier lauter Spinnen gibt. Was für Blättermänner? Ach so, er meint damit die... Okay, ich... Ich bin doof. Aber bisher habe ich noch keine gesehen. Oh. Okay. Vielen Dank.